Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des BWBW. Wir sammeln immer noch ähm... Heißer Teufels, häscher Platten... äh... Rüstungsteile. Wir sind ein bisschen da hoch. Das eine Zahl haben wir. Danksplatte... Ah, jetzt brauchen wir den Kraftkern, okay. Hat's wahrscheinlich eben noch nicht richtig... äh, beziehungsweise das letzte Mal nicht richtig aktualisiert. Neu gestartet habe ich allerdings nicht. So... Hm, jetzt müssen wir da hinten hin, wo ich eben sagte. Ja... Wenn man noch früh genug hin kommt, um mal das zu kühlen. Gut. Die sind so komische... Ja... Mutantenschrecken. Da ist das andere Teil. Genau, der Kraftkern. Ich glaube, die war eine Legion, die sucht dann den hier. Das ist ein Angelstuhl. Jo, da ist sogar eine Angel. Ich weiß nicht, dass der Angel, der hier war... ist... Ach ne, das sind Schuhe. So schau, das ist leider egal. Äh... Gut, jetzt können wir die Quest abgeben. Aber wenn wir mal runterhüppen. Ähm... So, das gehen. Mal grad mal gucken. Interface. Ähm... Anzeige... Geselligkeit. Schimpfwortfilter aus. Schwierig. Jetzt auch gesehen. Jeder braucht einen... Leider funktioniert das dann erst, wenn noch jemand irgendwas Böses in Anführungsstriche schreibt. Die Bombe bauen. Und das... Gut, aufgeben. Zwei... Zwei Quests können wir aufgeben. Gut. Ach, ich liebe Anstürmen. Ach so, das ist bei mir. Ja, der ist weg. Sehr gut. Darum... Lass ich auch immer mein Pad... Zuerst da hinlaufen, damit das angestürmt wird. Und nicht wir. Weil wenn wir zu erschießen, dann stimmt zuerst uns an und geht aufs Pad. Wie wir ja schon live miterleben konnten. Aber gut. Aber gut. So... Jetzt können wir gleich wieder zwei Quests abgeben. Dann gucken wir mal wie weit wir sind. Und... 71% haben wir jetzt. Boom. Okay, acht Quests wären's. Äh... 10... Was heißt Religion steht... Oh ja. Das ist doch fett. Versuchen wir das. Witzel. Witzel. Ich hab's noch vier Seiten. Okay. Sprecht mit ihm. Ich hab's noch vier Seiten. Okay. Ach, das ist der eine Typ hier auf dem Ding... Äh... 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 Machen wir erst das mit der Legion. Springen wir jetzt in die Luft. Dann kriegen wir nämlich schon eine neue Brust. Es ist natürlich Ultra das Ding. Wer findet denn dieser Teure? Wo dieser Deserteur, wovon er spricht. Ist ein Zwerg. Der steht auf dieser komischen Burg. Auf dieser Miniburg oder Turm vielmehr. Aber das geht ja. Hier steht der. Und der schickt uns glaube ich dann hier runter in diese Höhlen, die furchtbar sind. Wirklich. Sieben Quests oder wahrscheinlich 100 Monster. Haben wir denn jetzt die Bombe dabei? Jo. Oh man, die haben ja wieder tolle Themen im allgemeinen Shit. Ja, ja, so ist das. Ist ja darum liebe ich fliegen, ne? Ah, das ist gut. Nein. Darum liebe ich fliegen. Kommt rein. Töten, abgeben, whatever. Und weiter fliegen. So, macht das viel mehr Spaß. Allerdings entgeht einem oft dann die EP, die durch irgendwelche Mops sind. Dann hat man nur die Quest-EP. Aber man ist auch schneller fertig mit den ganzen Quests. Dann gibt es nun vier und wieder einmal. Das gibt überall für vier und wieder. Das gibt überall für vier und wieder. Okay, die sind cool. Die sind nicht cool. Oh, eine töpfliche Waffe, das ist gut. Das ist schön. Genau, das ist gut. Ich bin ein Kf. Da stresst einen ganz schön hier, das ist schon heftig, vor allem wenn die dann irgendwo hinlaufen, dass die irgendwas pullen, so reicht das, ne? Gehtiges Ziel, was sollen wir denn stehen, ich weiß nur, gerade an so Massenaufläufen hier ist nicht immer uncool, 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 ach kein Scheiß, Ok, die ist jetzt nicht zwischen, die sieht aus wie die Schatten, ne Mutter Scharras, Schattenmutter, auch, ich weiß nicht, irgendeiner vom schwarzen Tempel. Hallo, du glaubst nicht, ne? Gegen Pussy, so, hier war's, ok. Hm, ich hatte irgendwie im Kopf, dass ein Video kommt. Hm, naja gut. Gebumpt ist gebumpt. Abkürzung. Ähm, davon haben wir sogar ein paar auf, ja, muss ich später mal schicken, können wir das auch einfach abgeben, das ist cool. So, jetzt können wir diese Tür finden, und daraus will ich sagen, können wir da unsere Request abgeben, für das coole, neue Brüstlein. So machen wir das. Die Magmafelder. Hm, war doch nicht der, 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 der ist. Ich hab irgendwie an einen anderen gedacht. Oh, oh, der ist gut. Ja, wir holen aber erst, ähm, nein, ist sie nicht, wir holen aber erst, ähm, unsere neue Brust ab. Die Schimäre kann man glaube ich auch zählen, nicht zählenbar, okay, dann kann man die ja später zählen, mit dem anderen Addon. Ich weiß nämlich, äh, auch ein paar von, was ich auch schon mal sehe, sind die, ist das, ist ein Boss von Pestschwing Abstieg oder so, von der Raid, diese komische, äh, wo man diese Mixturen machen muss, nee, diesen komischen Roboter, der einen schützt, mit 1% Leben, die können die Jäger auch zählen. Wo man am Ende gegen das Skelett von Unixir und so kämpfen muss. Oh, das sieht doch gut aus, ne? Bäm. Schön. Da ist der Turm, den ich hier meinte, okay. Naja. So, ein bisschen verkaufen. Noch sechs Quests. Schön. Ich frage mich für den Schneekönig, aber trotzdem muss ich nur noch, äh, mir vor Augen halten, dass wir auch noch Level 70 machen müssen. Weil das kommt ja auch noch, äh, hinzu, ne? Das ist ja auch nicht ohne. Aber gut, was will man tun? Kann man noch da was herstellen? Oh, da könnten wir 15 Stück von herstellen. Aber ich wollte mal gucken, ob wir... Hm, genau das. Notnotly, dann haben wir auch 64. Könnten wir eventuell... Davon will ich, äh, machen... 24... 24... 3 oder so. Äh, klar, warum? 35, also 3,35 für den nächsten. Äh, furchtbar. Naja, gut. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Let's Play WWE. Burned Crusade. Ähm. Lasst gerne ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da, um nichts mehr zu verpassen. Das Abo natürlich. Und den Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, was ich natürlich hoffe, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Let's Play WWE. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber gut. Gut, und damit auf, wir gesehen.